Mit welchen drei Wörtern wurde ich Taki beschrieben? Guter Freund, Steiler und Lustigmann. Hallo, ich bin Taki. Was ist dein Lieblingssong? Das ist ein kroatischer Song, oder? Das ist die letzte Zlatung. Ich und Taki haben größter gemeinsamer Erfolg. Das ist Fußballtennis-Sieger. Welches Tier wäre Taki? Taki wäre... Er ist ein Lowe. Kämpfen bis Ende. Mit was spielst du lieber Playstation oder Xbox? Ja, ist einfach. Was? Playstation, oder? Ja. Österreichische Lieblingsspeise. Kaiserschmarrn. Ja, ich mag das. Wiener Schnitzer oder... Kaff-Citi. Cevap-Citi. 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 Cevap-Citi, oder? Sashimi oder Sushi? Sushi. Ja. Hast du die Tour? Ja. Was macht ihr immer? Halit. Und schöner Style. Das war's. Danke und auf Wiedersehen. Das war's. Danke und auf Wiedersehen. Das war's.